Die Langzeitfolgen einer narzisstischen Beziehung, Teil 2. Wer Teil 1 nicht gesehen hat, werde ich hier oben verlinken und am Schluss die Folge. Also kannst du dieses Video in aller Ruhe anschauen. Aber wir haben alle so Probleme, die uns im Alltag immer noch beschäftigen, auch wenn der Narzisst jetzt ganz weit weg ist. Erst aus deinen Gedanken heraus, du willst dieser Person letztendlich keine Bühne mehr geben. So geht es zumindest mir und ich liebe es. Es gibt kein schöneres Gefühl, denn du kannst jetzt an dir selber arbeiten, dich selber neu aufstellen und zu einer besseren Version sogar zu dir selber werden. Du kannst dieses Trauma auch als Chance nutzen für dich selber. Und dieser Satz mag den einen oder anderen triggern, aber ich werde dir mit diesem Kanal noch zeigen, wo die Reise hingeht. Ich habe heute selber schon ein paar Videos verworfen, weil mein hoher Anspruch an mich selber mir dermaßen im Weg steht, dass ich letztendlich dachte, ich mache heute gar kein Video. Das heißt, dieses Video ist zwei Stunden, bevor du es siehst, entstanden. Und da siehst du mal, dass man sich trotzdem hinsetzen kann und selber motivieren kann, hey, ich brauche jetzt nicht einen verlassenen, einen Vater, der mich seit zehn Jahren nicht mehr anruft, immer noch meinen Kopf dominieren lassen. Ich habe hier Leute, die auf mich warten. Ich habe hier traumatisierte Leute, die Hilfe suchen. Und ich habe hier eine wunderschöne Community, die durch Likes und Kommentare diese Videos weitertragen, damit noch mehr Leute aufwachen. Und somit werden noch mehr Leute gerettet. Und das ist meine Mission. Und diese Mission behalte ich mir bei, komme, was wolle. Das ist in meinem Kopf jetzt so. Das muss so sein. Und deswegen bist du heute hier. Du schaust dir heute ein paar Langzeitfolgen mit mir an. Wir haben schon ein paar Punkte aufgemacht. Aber gerade dieser hohe Anspruch an sich selber, dieser innerliche Stress, darum geht es heute hauptsächlich, weil den brauchst du nicht. Den brauchst du wirklich nicht. Du musst nicht bei allem, was du machst, immer Perfektion abliefern. Du erwartest es wahrscheinlich von dir selber, weil du es von der Kindheit so weißt oder weil du halt innerlich diesen Druck von der Gesellschaft mittlerweile auch kriegst. Und somit erwartest du selber bei allem, was du anfängst, Perfektion. Es muss alles perfekt laufen. Genauso mit diesem Kanal. Das nächste Video muss besser laufen. Bla, das immer wieder höher hinaus. Daran kannst du letztendlich zerbrechen. Und das ist kein gesundes Leben. Ein gesundes Leben willst du dir aber aufbauen. Das heißt, du willst Zeit für dich finden. Das ist momentan der allerwichtigste Punkt. Such dir bitte nach so einer Beziehung nicht die ganze Zeit Ablenkung. Aber beschäftige dich auch nicht nur mit diesem Thema. Du musst einen gesunden Hybrid aus dieser Sache rausbringen. Und jetzt zeige ich dir heute, heute geht es ganz besonders um die Schuldumkehr des Narzissten. Das habe ich leider seit der Kindheit. Ich bin an allem schuld. Also wenn es morgen gewittert, bin ich schuld. Wenn es vorletzte Woche gehagelt hat, war ich schuld. Und ja, wenn es beim Edeka mal wieder den Lieblingsjoghurt des Narzissten nicht gibt, dann bin auch ich an dem schuld. Denn ich habe die ganze Lieferkette in der Hand. Aber die Leute, die dir nicht so wohlgesonnen sind in deinem Leben, das muss kein Narzisst sein, die lesen dich. Und die merken bei dir sofort, okay, der rechtfertigt sich für jeden Mist. Der reagiert komisch auf Kritik. Und ja. Aber die wissen nicht, dass du traumatisiert bist. Die wissen nicht, dass du so Sachen schon länger in dir hast. Und die wissen nicht, warum du reagierst, wie du reagierst. Und hier ist auch nicht der Punkt, dass du den Leuten erklären musst, was mit dir los ist, was du alles durchgemacht hast und warum du heute so bist, wie du bist. Nein, für dich selber ist es wichtig. Radikale Akzeptanz. Du musst die Sache, die passiert ist, radikal für dich akzeptieren. Und deinem Kopf auch vergeben. Dir selber und deinem Gegenüber. Nicht dieser Person ins Gesicht sagen, nur für dich selber. Du kannst auch gerne deine Traumata und deine Geschichten aufschreiben und die ganze Sache einfach in den Speicher, Dachboden oder wo auch immer legen, die musst du dir nicht mehr anschauen. Aber alles, was du aufschreibst, ist nicht mehr so in deinem Kopf. Genauso, wenn du jeden Tag das Thema präsent machst und dann wird es immer größer. Das heißt, ein gesunder Hybrid ist nicht schlecht. Das heißt, schau dir gerne meine Videos an. Aber morgen machst du mal wieder einen Me-Time-Tag, wo du gar nicht an sowas denkst. Du weißt hoffentlich, was ich meine damit. Aber heute lege ich dir fünf Punkte an die Hand, wie wir die Schuldumkehr in deinem Kopf endlich umdrehen. Punkt Nummer eins. Selbstbewusstsein stärken. Ich dachte mir auch immer, ich habe ein sehr gesundes Ego. Und hier ist auch gleich die Sache, Ego und Selbstbewusstsein ist nicht immer genau das Gleiche. Du magst ein Ego haben. Du magst mit dir selber zufrieden sein. Du magst dich von mir aus auch selber und du kannst dich selber von mir aus auch anschauen. Aber trotzdem hast du im Unterbewusstsein oft ein verletztes Kind und ein schlechtes Selbstwertgefühl. Der erste Schritt besteht aber darin, sich selbst besser kennenzulernen und das eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Sich selber besser kennenzulernen ist allgemein wichtig, weil du bist halt die einzige Person, die dich kennt und die alles von dir kennt. Deine Stärken, deine Schwächen, die Momente, wenn du alleine bist, die Momente, wenn du unter Leuten bist, das weißt du alles von dir selber. Kein anderer erkennt dich so gut wie dich und somit solltest du dich selber auch so mögen, wie du bist, egal wie du ausschaust. Ob du jetzt ein paar Pfunde zu viel hast, ein paar Pfunde zu wenig hast, vielleicht hast du hier eine Brandnarbe, was auch immer du hast, eine Pigmentstörung. Wenn du dich selber dafür dein Leben lang verurteilst, dann wirst du immer wieder schlechte Sachen anziehen, weil in deinem Kopf auch nur schlechte Sachen stattfinden. Wie du mit dir selber reden musst, dazu komme ich noch. Das Wort musst sollte hier bitte keinen triggern. Du solltest. Punkt Nummer zwei. Sich selber kennenzulernen, sich selber zu erfahren, sich selber mal anzuschauen, zu reflektieren, zu schauen, was finde ich denn wirklich gut, was will ich im Leben, wo will ich hin, was macht es aus, dann merkst du schon mal, dass ein Partner dich auch nicht hätte retten können. Du brauchst selber deine Mission, du brauchst selber deine Ziele. Und indem du deine Stärken und Schwächen akzeptierst, wirst du weniger anfällig für die manipulativen Taktiken eines Narzissten. Führ dir hierzu auch gerne ein Tagebuch, wo du deine Gedanken und Gefühle reflektierst und dir deiner eigenen Realität sehr bewusst wirst. Journaling ist wirklich eine Sache, die hätte ich nie gedacht, dass das so viel hilft. Schreib einfach kurz nach dem Aufstehen gerne deine Träume auf, deine morgendlichen Gedanken für das, was du dankbar bist und wiederhole diesen Prozess vorm Schlafen gehen. Das sind so kleine Büchlein, die kriegst du bei jeder Firma als Werbegeschenk, so leerte Bücher, da kriegst du sicher irgendwas, wo du reinschreiben kannst. Sonst nimmst du einfach einen Blog oder von mir aus auch ein abschließbares Tagebuch, wenn du nicht alleine wohnst. Es muss ja keiner wissen, dass du gerade dich selber besser aufstellen willst. Nächster Punkt dazu. Erzähle niemanden von deinen Plänen. Die Leute müssen nicht wissen, dass du dich gerade wieder aufstellst. Und wenn du jedem erzählst, was du gerade vorhast, dann kommst du auch selber gar nicht mehr so leicht in die Umsetzung. Im Geheimen, im Geheimen jeden Tag ein Stückchen besser. Nicht wie Lidl, sondern so wie dein Weg ist. Punkt Nummer zwei, natürlich die Grenzen zu setzen. Lerne klare und gesunde Grenzen zu setzen. Narzissten neigen dazu, die Grenzen anderer zu überschreiten. Das weißt du natürlich. Kommuniziere deutlich, was für dich akzeptabel ist und was nicht. Ja, und da musst du dich erstmal kennenlernen. Das heißt, Schritt für Schritt. Dann weißt du nämlich, was du zulassen kannst, was du brauchst, was hast du aus deinen vergangenen Beziehungen mitgenommen, was erwartest du dir von der nächsten Beziehung. Und allgemein Selbstliebe und mit sich selber klar zu kommen, auch ganz ohne Partner, ist so viel wert im Leben. Weil dann stellst du deinen Partner auch nicht auf den Podest. Weil du kannst jederzeit wieder zu dir zurückkommen. Der Narzisst kann nicht zu sich zurückkommen, denn da ist nicht viel da. Du kannst jederzeit wieder mit dir alleine was machen. Und auch alleine mal reisen gehen, alleine die Welt erforschen, alleine einen Städtetrip machen. Buch dir mal ein Hotel, ein, zwei Tage irgendwo in der Therme. Me-Time, Sauna, all das, du hast die ganze Welt noch offen. Und in Zukunft, wenn deine Grenzen nicht respektiert werden, sei bereit, Konsequenzen zu ziehen. Das gibt dir die Kontrolle zurück über deine Interaktionen. Also du machst nichts mehr, was du nicht willst. Du sprichst ein klares Nein aus, weil jedes Mal, wenn du Nein sagst, du weißt es mittlerweile, jeder, der meinen Kanal verfolgt, sagst du Ja zu dir selber. Weil dann machst du nichts, was deinen Prinzipien, deiner Moral und all dem, was dich ausmacht, nicht entspricht. Und das ist absolut gesund. Auf sich selber zu schauen, ist nicht egoistisch. Das ist einfach nur gesund. Und es könnte wunderbar werden, wenn du das langfristig hinkriegst. Auf diesem Weg würde ich dir auch sagen, Rückschläge sind ganz normal. Trauerphasen sind ganz normal. Depressionen sind ganz normal. Aber wenn du dranbleibst, kontinuierlich und dich von diesen Rückschlägen nicht zurückziehen lässt, dann werden diese Abstände immer kürzer, bis letztendlich die Tiefs gar nicht mehr da sind und die Hochphasen in deinem Leben langfristig deinen Kopf übernehmen. Nicht auf eine toxische Art und Weise. Punkt Nummer 3 wäre, die emotionale Distanz zu wahren. Versuche, emotionalen Abstand zu wahren, wenn du mit einem Narzissten interagierst. Das bedeutet, ihre Schuldumkehr nicht persönlich zu nehmen. Also ich kenne das selber. Ich habe in der Arbeit auch einen Narzissten. Ich reagiere bei allem emotional. Ich steige mich da rein und ich denke mir, kannst du nicht einfach mal deine halten? Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich bin das mein Leben lang gewohnt. Ich weiß doch, wie du bist, aber kannst du nicht einfach mal deinen halten? Ich muss mich hier ganz schön zensieren wegen den YouTube-Richtlingen. Aber ihr wisst, was ich meine. Lasst es nicht mehr so an euch ran. Und diese Tipps habt ihr extern gehört von Leuten, die sich mit diesem Thema nicht auskennen. Es wird immer noch nicht in der Schule gelernt und deswegen wirst du im echten Leben kaum Antworten gefunden haben. Diesen Punkt kennst du wahrscheinlich wirklich aus dem realen Leben. Und wenn dir hier eine Person sagt, lass es doch einfach nicht an dich ran. Entspann doch einfach mal. Das bewirkt bei dir eher das Gegenteil, als dass es was hilft. Aber an diesem Punkt weißt du deine Grenzen. Erkenne, dass ihre Manipulationen oft aus Unsicherheit und einem Mangel an Empathie resultieren. Das weißt du auch. Der Narzisst ist unsicher. Der Narzisst hat keine eigene Identität. Er hat kein ausgeprägtes Ego und hat einen Mangel an Empathie. Der verdeckte Narzisst mag aber der absolut empathischste Mensch überhaupt sein. Aber sobald die Türen zu sind, ist es vorbei. Ein ausführliches Video über den verdeckten Narzissen würde ich euch gerne machen. Wenn Interesse besteht, kommentiert mir das gerne. Allgemein kommentiert gerne, damit mehr Leute aufwachen und dann verbreiten sich diese Videos von ganz alleine. Indem ihr mir einfach nur irgendeinen kurzen Kommentar lasst und den Daumen nach oben drückt, wäre mir sehr geholfen. Ich stelle diesen Content kostenlos zur Verfügung, um Leuten zu helfen. Und ihr seid die kleinen Feen und die kleinen Elfen, die diese Videos weiter verbreiten. Vielen Dank schon mal im Voraus. Wenn du dich langfristig emotional distanzieren kannst, kannst du ihre Taktiken besser durchschauen und dich weniger davon beeinflussen lassen. Wenn du die Regeln, die Spielregeln, das Drehbuch, und wir wissen, sie haben alle das gleiche Drehbuch weltweit, das merkst du auch, wenn du meine Kommentare liest. Allgemein schau gerne in meine Kommentare, da findest du oft noch mehr Erfahrungen, die dir die Augen öffnen. Viele Leute sagen auch, dieser Kommentar, jetzt ist es vorbei für mich. Aber du siehst in meinen Kommentaren oft, dass Leute genau das gleiche schreiben weltweit. Diese Leute haben gefühlt ein unsichtbares Drehbuch, was sie zur Geburt in die Wiege gekriegt haben. Völlig komisch, weil wir im Partner haben ja auch kein Drehbuch. Wir sind einfach, wie wir sind. Und jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder ist auf seine besondere Art und Weise einzigartig auf dieser Welt. Punkt Nummer 4, Unterstützung suchen. Ja klar, du hast schon mal den ersten richtigen Schritt gemacht. Du bist auf Recherche gegangen. Du hast gegoogelt, du hast dich belesen, du hast meinen Kanal abonniert und bist jetzt fleißig am Schauen und findest jeden Tag eine neue Antwort, eine neue, wie nennt man es denn, ich weiß es nicht, einen neuen Punkt, der dir einfach bestätigt, ich muss hier raus, No Contact ist der einzige Weg. Dieser Typ hat recht und diese Frau hat recht und alle, die ich bis jetzt gehört habe, sagen mir, No Contact ist der einzige Weg. Und ich sage euch ganz ehrlich, aus meiner Perspektive aktuell, Grey Rock ist keine Lösung für mich. Aber dazu gehe ich auch gerne nochmal in einem separaten Video ein. Darum soll es heute nicht gehen. Umgebe dich mit Menschen, die dich unterstützen und dich verstehen. Und hier habe ich vorher schon gesagt, im echten Leben kennt sich kaum jemand aus. Das heißt, du kannst auch gerne in Selbsthilfegruppen gehen, du kannst auch gerne dir professionelle Einzeltherapie holen. In der heutigen Zeit ist es absolut keine Schande mehr, das war gerade die Katzenklappe von meinem kleinen roten Tiger, keine Schande mehr, sich Hilfe zu holen. Die Wartezeiten sind leider etwas lang, aber auch hier wirst du in den Kommentaren jemanden finden, der vielleicht jemanden kennt oder eine Organisation, wo du schneller drankommst. Da sollte es auf jeden Fall schnellere Möglichkeiten geben. Allgemein psychische Probleme gehören viel schneller behandelt, damit die Sachen sich nicht so ausbreiten können in deinem Kopf und diese Traumata nicht so fest in deinem Unterbewusstsein sind. Aber gemeinsame Erfahrungen und Perspektiven können dir Kraft geben und dir helfen, dich weniger isoliert zu fühlen. Und das sehe ich in der Community. Wir haben eine wunderschöne Community und es geht raus an jeden Einzelnen von euch. Applaus für euch alle selber. Von Tag 1 seid ihr hier aktiv. Ihr kommentiert fleißig. Ihr helft euch untereinander. Die meisten Fragen, die es gibt, sind schon beantwortet, bevor ich überhaupt dazu komme, euch zu antworten. Und ihr wisst, ich beantworte jedem hier. Ihr helft euch. Ihr seid bei den Premieren da. Und auch Leute, die schon längst geheilt sind. Shoutout an Gudrun schon seit Tag 1. Schön, dass du hier bist und schön, dass du hier die Adminrechte vertrittst und den Leuten hilfst. und für die gute Sache einstehst. Das finde ich echt ehrenhaft und schön von dir. Vielen Dank. Punkt Nummer 5. Fokus auf persönliches Wachstum. Nutze diese Erfahrung. Nutze dieses Trauma, um daraus zu wachsen. Du warst jetzt an einem Tiefpunkt. Da wolltest du in deinem Leben nie sein. Du warst jetzt so weit unten, das können viele Außenstehende gar nicht nachvollziehen, weil sie noch nie auf so eine Person getroffen sind. Die Wahrscheinlichkeit in der heutigen Zeit ist jedoch sehr hoch. Also zeige auch gerne einen Bekannten von dir, wo du dir denkst, ja, der könnte in so einer Beziehung sein. Gerne auch meinen Kanal oder andere Kanäle, damit diese Leute rauskommen. Aber du musst diese Erfahrung nutzen. Ich nutze es aktuell und da kommen noch viele Videos, wo du zu einer viel besseren Version von dir selber noch werden kannst. Durch diese Person. Durch diesen Narzissen. Durch dieses Trauma. Und egal wie krass es war, ist es für niemanden hier zu spät, wenn mir Leute schreiben, ich bin 70, mein Leben ist vorbei. Du hast sicher mindestens noch 10, 15, 20 schöne Jahre auf diesem Planeten. Wenn du jetzt ein halbes Jahr an dir arbeitest, stehst du schon mal ganz woanders, als wo du jetzt bist. Und ich will jetzt keinem sagen, ein halbes Jahr, du kannst auch in der Woche schon ganz woanders stehen, wenn du kontinuierlich dran bleibst und an dich selber glaubst, dir selber vertraust. Denn du kannst dich ja auch selber im Spiegel anschauen. Du kannst in deine Gefühle reingehen. Du kannst deine Traumata offenlegen. Du kannst alles. Der Narzisst kann das nicht. Deswegen sucht er sich Ablenkung. Und so einer willst du nicht werden. Du willst dir jetzt nicht die ganze Zeit externe Bestätigung suchen, damit du mit deinen eigenen Problemen nicht arbeiten musst. Sie jeden Tag zu wiederholen, ist natürlich auch nicht die Lösung. Aber ihr wisst, was ich meine hoffentlich. Nutze diese Erfahrung mit einem Narzissen als Antrieb für dein persönliches Wachstum. Setze dir Ziele, die dich weiterbringen und investiere in deine eigene Entwicklung. Ob durch Weiterbildung, Hobbys oder neue soziale Kontakte. Je mehr du in dich selber investierst, desto weniger Einfluss wird dein Narzisst auf dich haben. Je stabiler du dich aufbaust, je mehr positive Sachen du in dein Leben lässt, je positiv du mit dir redest und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Gedanken sind absolut schlimm und da kommt auch gerne noch ein eigenes Video drüber. Wenn ihr das auch wollt, schreibt mir gerne drunter, wie wir mit uns selber reden, das bestimmt unseren Alltag in jeder Hinsicht. Wir sind oft in so einer Negativspirale von klein auf. Ihr wisst, was ich damit meine. Du musst, du musst, du solltest Positivität in dein Leben lassen. Geh spazieren, wandern, lass deine Hobbys aufleben, hör Musik, geh in deine Gefühle rein. Auch so ein Coldplay-Album heißt nicht, dass du danach frustriert bist, sondern auch diese Musik, X&Y nebenbei, bestes Album, könnt ihr euch gerne mal komplett durchhören, das macht was mit euch. Aber melancholisch, nicht auf, ich heule jetzt stundenlang, sondern da löst sich was in dir, ist positiv gemeint. Wenn du diese Schritte heute, die ich dir alle heute gesagt habe, befolgst, dann hast du die Kontrolle über dein Leben wieder. Dann wirst du nicht mehr so leicht fremdbestimmt. Dann bist du gar nicht mehr anfällig dafür. Und wenn du dich weiter auf diesem Kanal umschaust, wirst du auch langsam diese Personen sehen. Und ich sehe sie. Und ich sehe sie wirklich. Ich sehe euch alle. Leute, ich sehe euch alle daraus. Ich gehe in die Wirtschaft und weiß sofort der, der und der. Mittlerweile ja. Und es ist ein Segen. Es ist zwar krass, weil du merkst, es sind echt viele geworden. Aber dann weiß ich auch, was ich jetzt schauen muss. Und das ist das Allerwichtigste. Eine Beziehung sollte nie dein Lebensinhalt sein. Eine Beziehung sollte dein Leben bereichern. Und zwar in jeder Hinsicht. Da ist man gemeinsam für einen da. Und das war es auch für heute schon. Ich finde es schön, dass du hier gewesen bist. Und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder am Sonntag natürlich zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, wo auch immer du gerade bist. Egal, wo du gerade drinsteckst. Hier ist niemand alleine. Und bis dahin. Peace.